Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 46.700 US-Dollar. Also wir hatten zwar gestern nochmal eine kleine Korrektur, wir sind leider noch nicht an unser Level gekommen von den 43, 44k, von denen wir gestern gesprochen haben, weil wir einfach wieder, sag ich mal, rasant aufgekauft wurden. Jeder Dip wird momentan gekauft. Aber trotzdem, wir schauen uns jetzt genau im Video nochmal an, ob wir doch nochmal in Richtung 43 oder 44.000 US-Dollar gehen. Oder ob wir jetzt gleich Richtung 52.000 US-Dollar gehen könnten. Gut, bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wer es noch nicht gemacht hat, schaut bei Monetendave vorbei. Wir haben ein Video zusammen gemacht, ein bisschen über Bitcoin und sonst was, über Prognosen und sowas geredet. Schaut gerne vorbei bei Monetendave. Ansonsten würde ich sagen, wir starten jetzt sofort durch mit der Chartanalyse. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 46.700 US-Dollar. Wir hatten gestern nochmal einen WIC in Richtung 45.100 US-Dollar. Also wir haben um ungefähr 100 US-Dollar die 44k verpasst. Ja, passiert. Trotzdem bin ich immer noch nicht ganz von dieser Bewegung überzeugt. Also wir hatten gestern einigermaßen gutes Abverkaufsvolumen, wurde dann sofort wieder aufgekauft. Also haben auch relativ gutes Kaufvolumen auch wieder reinbekommen. Trotzdem bin ich noch nicht ganz von dieser Bewegung überzeugt. Was mir gestern noch aufgefallen ist, ihr seht hier diesen Monats-R1. Das ist nicht nur ein Monats-R1, auch wenn wir die Yearly-Pevots anschalten, ist hier auch noch ein Yearly-Widerstand. Sorry, kurz mal verbabbelt. Da ist also eine Menge, Menge Widerstand. Nicht nur diese übergeordneten Supply-Zonen, die da sind, sondern der Monthly und der Yearly-Pevot sind dort auch. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ordentlichen Schwung und das war auch der Grund, warum wir hier oben nochmal zusätzlich rejected worden sind. Und ich glaube momentan nicht, dass das hier schon ausreichend ist vom Arrows-Ei her, vom Volumen her und sonstiges, dass wir hier sofort rüberkommen. Ich bin immer noch ein wenig skeptisch, ob das wirklich hier die endgültige Bewegung ist. Ich bin weiterhin dafür, dass wir hier nochmal runtergehen in dem Bereich von ungefähr 43.600 US-Dollar oder vielleicht auch wirklich nur in dem Bereich von 44.100 US-Dollar. Einfach nochmal, um dieses Tief hier vielleicht nochmal abzugreifen, die Stop-Losses zu hitten und dann mit neuen Schwungen nach oben hinzugehen. Hier unten ist einfach eine Menge Confluence, der Monats-Pivot, der 200er EMA, eine Demand-Zone und der 200er SMA ist hier auch nicht weit. Und wenn wir jetzt noch auf den Daily-Chart dazugehen, sehen wir auch, dass hier auch noch die EMA-Ribbons liegen, die auch grün geflippt sind und noch nicht re-getestet wurden. Also ihr seht, da ist so viel Confluence da unten, wo einfach ein Bounce zu erwarten wäre oder müsste dann kommen, sage ich mal, um weiterhin bullish zu sein. Und der RSI ist auf dem Daily weiterhin, sage ich mal, in einem relativ hohen Bereich von 63. Also so eine kleine 10%-Korrektur oder 7, 8%, was es halt auch immer sind, wäre vielleicht angebracht in diesen Zeitraum, sage ich mal. Wie gesagt, morgen oder beziehungsweise ja doch vom 6. bis 9. ist ja dann auch noch die Bitcoin-Konferenz in Miami. Da könnten auch nochmal neue Impulse kommen. Es wird ja mit Apple ein bisschen, sage ich mal, spekuliert, dass da irgendwelche News kommen, dass irgendwelche weiteren Länder Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren werden könnten etc. pp. Also es wird auf jeden Fall interessant. Also ich erwarte heute vielleicht noch einen etwas ruhigeren Tag oder vielleicht wirklich diesen Move nach unten, diesen False-Move, dass wir einfach nochmal nach unten gehen, die Longs einfach ein bisschen abgreifen, weil die Funding-Fees mittlerweile auch schon wieder bei 0,1% sind. Also es ist 0,01%, also im positiven Bereich lange nicht mehr negativ gewesen. Also würde vielleicht so ein letzter Pullback noch einmal ein bisschen Bewegung hier reinbringen, Longs liquidieren, neue Longs hier unten vielleicht aufbauen und dann mit neuen Schwungen, sage ich mal, in den Bereich von 52k. Ansonsten schaffen wir irgendwie einen Impuls oder nochmal diese Hochs hier rauszunehmen vom Volumen. Ja gut, dann müssen wir aber das hoch hier rausnehmen, dann dürfen wir keine Bearish Divergence mehr bilden. Wir müssen dann wirklich durchballern bis ungefähr 52k, dann Retracement auf dieses letzte Hoch, sage ich mal, in diesen Bereich wieder kriegen und dann weiter nach oben zu steigen. Ansonsten, das sind jetzt so die Supportzonen, weiterhin um den Bereich von 43, 44k ist weiterhin möglich. Würde ich jetzt auf jeden Fall noch nicht ausschließen und nicht absolut bullisch hier sehen. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum sieht weiterhin da eher sogar ein bisschen bullischer aus. Wir halten uns in den 4 Stunden über Ribbons, wir halten uns ums 0,5er Fibonacci Retracement Level. Also hier sieht es relativ gut aus, hier um die 3520 US-Dollar. Was uns hier einfach noch ein bisschen fehlt, ist noch dieser letzte Anstoß. Also wir sind hier direkt in diesem Void drin, also uns fehlt eigentlich nicht mehr viel, wo wir sagen, okay, wir ballern jetzt hier in der nächsten Zeit hier auf 3800 US-Dollar zu. Das ist das gleiche Spiel bei Bitcoin, es wird relativ viel abgewartet. Ethereum hat sich relativ gut gehalten die letzten Tage, im Gegensatz zu Bitcoin. Also Bitcoin ist deutlich mehr abverkauft worden, sage ich mal, als Ethereum. Deswegen, ich glaube, hier wird einfach noch ein bisschen gewartet, so auf die letzten Impulse, bis wir dann wirklich diesen Impuls einfach nach oben hinkriegen oder nach unten, um dann nochmal Longs zu liquidieren und dann diesen Push nach oben. Und dann kann es bei Ethereum auch hier in die Richtung 3800 US-Dollar gehen. Schauen wir uns Cardano an. Cardano aus dem Symmetrical Triangle ausgebrochen gestern. Retest in die Ribbons nochmal, also ich habe es gestern schon gesagt, ich bin kein Fan von diesem Symmetrical Triangle, also so richtig gefallen tut mir das ehrlich gesagt nicht. Aber gut, wir sind ausgebrochen. Retest war relativ erfolgreich, aber der Schwung danach war einfach Mangelware. Ihr seht es hier, kein Ausbruchsvolumen, Mangelware, danach sofort wieder Abverkaufsvolumen und die nächste Kerze war dann auch nicht wirklich grün. Also für mich kein relevanter Ausbruch, was wir hier gesehen haben. Eher so eine horizontale Widerstandslinie, was wir hier sehen, oder eine mögliche erstmal Konsolidierung in diesem Bereich hier. Einfach, dass wir diese Ranges hier erstmal ein bisschen weiter traden, bis der RSI da ein bisschen abgekühlt ist. Also für mich kein Symmetrical Triangle mehr aufgrund einfach des Volumes, des Ausbruchs, des Retests. Also kann man mal ganz schnell vergessen. Eher jetzt einfach so ein bisschen Seitwärtsphase, wo wir hier vielleicht ein bisschen konsolidieren. nochmal hier runter gehen in den Bereich von 1,10 Dollar vielleicht und dann einfach weiterhin konsolidieren, bis wir irgendwann einen Ausbruch nach oben hin sehen. Also ich bin hier weiterhin Bullish gestimmt, aber so eine Akkumulationsphase beziehungsweise einfach Konsolidierungsphase nach so einem Pump, den wir letzte Woche einfach hatten oder die Woche davor, ist einfach gesund, tut dem Markt ganz gut und sollte dann irgendwann für den nächsten Ausbruch nach oben hin stehen. Schauen wir uns mal wieder Elrond an, nachdem Elrond in den letzten Wochen kaum thematisiert wurde. Wenn dann bei der Krypteule, haben wir es immer angesprochen, auch hier hatten wir unser Adam & Eve Pattern, wo eigentlich noch relativ aktiv ist, sage ich mal, aber kein Ausbruch bevorsteht. Also wir konsolidieren jetzt hier auch da oben in dem Bereich, aber überhaupt keinen Versuch hier mal wirklich nach oben hin zu pushen, Volumen deutlich abfallen. Also wir müssen hier auf jeden Fall um den Bereich von 213 US-Dollar drüber kommen und dann möglicherweise auch nochmal diese rote Zone als Support testen. Gut, dann schauen wir uns Luna noch an. Luna auch hier wieder Rejected am Monats-Pivot R1. Also für mich ist das jetzt erstmal ein Doppeltop hier, ein kleines mit einer Bearish Divergence, aber trotzdem shortet das Ding nicht, wartet eher auf einen kleinen Retest. Wir haben jetzt fast unser Preisziel von unserem Ascending Triangle hier erstmal erreicht. Also es sieht eigentlich ganz gut aus, aber trotzdem, ey, bei Terra weiß man einfach nicht. Also shorten würde ich es nicht. Aber long würde ich hier ganz ehrlich auch nicht reingehen. Volumen weiterhin abfallen. Also wir kriegen jetzt immer, immer weniger Volumen. Die Pushs erfolgen zumindest mit immer weniger Volumen. Es wurde ja auch angekündigt, dass Terra nicht 10 Milliarden in Bitcoin steckt, sondern auch 3 Milliarden und das alles OTC, also off the table, macht. Oder off the counter, keine Ahnung. Sorry, habe ich mich gerade verwabelt. Ja, müssen wir einfach mal schauen. Also ich würde mich da jetzt ein bisschen zurückhalten, auf jeden Fall nicht shorten. Vielleicht wirklich mal so eine Korrektur wäre einfach mal überflüssig bei Terra beziehungsweise Luna, um einfach mal die Nerven ein bisschen zu beruhigen, um den Markt einfach mal ein bisschen zu korrigieren, um dann wieder ein gesundes Retracement nach oben hin zu sehen. Gut, Engine, relativ gleiches Spiel. Also hier hat es sich halt ein bisschen verzögert. Wir haben ja damit gerechnet, dass nochmal dieser Retest hier kommt auf die gelbe Abtrennlinie haben wir jetzt bekommen. Schöner Bounce auch in Richtung des Monats. Pivot also richtig schön. Problematisch auch hier das Handelsvolumen plus, also Aeros Eye sieht eigentlich ganz gut aus, aber das Volumen absolut Mangelware. Also ich bin hier auch nicht überzeugt. Man sieht momentan, das Volumen fließt einfach wieder aus dem Markt. Es sieht nicht wirklich impulsiv aus, wo der Markt hin will, sage ich mal. Es wartet eigentlich relativ vieles so auf diesen Move von Bitcoin. Die Bitcoin Dominance hat zwar wieder ein bisschen angezogen gestern. Also ich glaube 0,5 oder ungefähr 1% ist gestern wieder nach oben gegangen. Aber mir gefällt hier so die ganze Bewegung momentan nicht. Also ich bin nicht so wirklich Fan momentan, was hier so von Altcoin Trades und sowas. Deswegen halte ich mich da momentan relativ raus, was Altcoins betrifft. Und Bitcoin schon eher, aber da auch eher so nach einem Retracement. Also ich bin momentan von diesen ganzen Bewegungen nicht überzeugt. Ihr seht überall das Volumen deutlich abfallen. Wenn ihr da reingehen wollt, könnt ihr das gerne machen. Aber ich bin momentan eher so ein bisschen Seitenlinie eingestellt. Wobei Engine hier wirklich gut aussieht. Pivot bestätigt, Supportzone plus den Abtrend nochmal bestätigt. Aber Volumen halt einfach Mangelware. Und wenn wir so ein Retest sehen in solchen wichtigen Zonen, möchte man halt auch wirklich richtiges Kaufvolumen sehen, was da reinkommt, um diesen, sage ich mal, Retest nochmal zu bestätigen. Und das gefällt mir hier ehrlich gesagt nicht. Beziehungsweise sieht nicht wirklich schön aus. Gut, dann können wir uns auch ganz kurz zum Schluss nochmal XRP, Video ist heute ein bisschen länger, sorry, XRP angucken. Wir halten uns auch hier an und zum Abtrend immer wieder ein schöner Bounce. Aber auch hier Volumen deutlich abfallend. Pivot zwar bestätigt, 200 SMA, 200 EMA bestätigt. Aber auch hier fehlen einfach die Impulse. Also ihr seht hier, wir sind, nachdem wir aus diesem Symmetrical Triangle ausgebrochen sind, dieser Push nach oben, danach Retest und danach immer zusammenfallenderes Volumen, sage ich jetzt mal, also keine wirklich schöne Bewegung. Was man jetzt dann eher so sagen könnte, okay, vielleicht bilden wir so eine Art Symmetrical Triangle, wobei das halt jetzt hier auch eher aufsteigend ist. Auch wenn wir hier diesen horizontalen Widerstand haben. Also das könnte dann schon eher eintreffen, je nachdem, ob wir diese Zone, sage ich mal, jetzt als Linie zeichnen oder als wirklich Zone. Fände ich sogar sinnvoller. Das heißt aber auch hier könnten wir dann irgendwann jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall ausbrechen im Laufe der Woche, Ende der Woche. Also es sieht eher so nach einem bisschen Ascending Triangle aus. Aber gut, müssen wir beobachten. Ansonsten gibt sich viel zu sagen. News, wartet mal, habe ich noch nicht aktualisiert, weil ich faul war. Datenklau beim Tracer Hard Wallet durch Mailchimp. Also wen das interessiert, Link werde ich euch später noch in Telegram-Gruppe posten. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag, einen schönen Start in den Tag. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh oder morgen Nachmittag, je nachdem. Auf jeden Fall wieder. Wünsche euch einen schönen, entspannten Tag und wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.